Als ich in diese Stadt kam, hatte ich nichts weiter, außer mein abgeschlossener Studium in der Tasche. Ich habe schnell begriffen, dass diese Stadt ein Wrack ist und von Schmutz und Drogen beherrscht wird. Das einzige, was total dilettantisch war, war die Organisation. Wissen Sie, mir war von Anfang an klar, dass die Polizei irgendwo in dieser ganzen Sache involviert war. Wie sonst hätte das Verbrechen, bei einer derartig dilettantischen Führungsart und Weise, über so einen langen Zeitraum existieren können? Können Sie mir das sagen? Gab es denn niemals Gegenwind gegen Ihren Kurs? Der Hund, Gentleman, dreht sich, wenn man ihn dafür bezahlt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017